Liebe Geschwister, zu den Gunsterweisungen Allahs Azzawajal gehört ist, dass er im Innersten unserer Seele etwas erschaffen hat, das man im Arabischen Al-Nafsul-Lawwama nennt. Al-Nafsul-Lawwama zu Deutsch bedeutet, die sich selbst tadelnde Seele. Allah Azzawajal hat dieses Geschenk uns gegeben, damit wir immer wieder mit uns selbst abrechnen und als wäre das ein etwas in uns drin, das uns immer wieder daran erinnert, wenn wir etwas Schlechtes gemacht haben oder uns versucht auch zu motivieren, wenn wir etwas Gutes verpasst haben. Diese Nafsul-Lawwama, diese sich selbst tadelnde Seele, sie ist wie ein Geschöpf, das den Menschen rings um ihn herum beobachtet, was es macht, darauf achtet, dass man sich nicht selbst betrügt. Sie ist bei Allah so wertvoll, dass Allah Azzawajal bei ihr geschworen hat. Allah sagte, Ich schwöre beim Tag der Auferstehung und ich schwöre bei der sich selbst tadelnden Seele. Diese sich selbst tadelnde Seele, liebe Geschwister, über diese Ayah, sagte Al-Hasan Al-Basri, Rahimahullah, und er ist einer der Hadith-Überlieferer und bekannten Gelehrten, Furchtgelehrten aus der Zeit der Tabi'in und danach. Er sagte, wahrlich, ich schwöre bei Allah, ein gläubiger Mensch tadelt sich immer wieder selbst. Er fragt sich immer wieder, was war eigentlich mein Hintergedanke, als ich das und das gesagt habe? Was war mein Hintergedanke, als ich das und das gegessen habe? Was war mein Hintergedanke, als ich das und das gesprochen habe? Das heißt, er fragt sich immer wieder, was seine Absicht dahinter war, weil er versuchen will, das Beste aus seinen Taten und Worten zu schöpfen. Und er sagt, der Unselige, er ist derjenige, der immer wieder Schritte nach vorne macht, aber sich niemals zur Rechenschaft zieht. Manche Tafsir-Gelehrten haben über diese Eier gesagt, über die Eier, wo Allah schwört, bei der sich selbst tadelnden Seele. Es gibt keinen Himmelsbewohner und keinen Erdbewohner, der sich am Tag der Auferstehung nicht tadeln wird, sich selbst tadeln wird. Das heißt, sich selbst Dinge zum Vorwurf machen wird. Warum habe ich nicht das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Ibn Abi Hatem in seinem Tafsir überrifft, Ibn Iqrimah. Iqrimah ist einer der Schüler von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, mir gerammt ihm sein Vater zu reden sein. Er sagte, die sich selbst tadelnde Seele ist diejenige, die immer wieder sich tadelt, in Bezug auf gute als auch in Bezug auf schlechte Dinge. Er immer wieder sagt, hätte ich doch das und das getan. Aber das hätte natürlich ist ein hätte, das ihn dazu bringt, nach vorne zu kommen und nicht natürlich ihn dazu bringt, Schritte rückwärts zu machen. Diese sich selbst tadelnde Seele, liebe Geschwister, sie wurde natürlich auch als die ungläubige Seele ausgelegt, aber das ist ja kein Widerspruch, denn die sich selbst tadelnde Seele kann sowohl die gläubige als auch die ungläubige Seele sein. Denn, liebe Geschwister, Muqatil al-Farra, er interpretierte diese Aya wie folgt, beziehungsweise die sich selbst tadelnde Seele als diejenige Seele, die am Tag der Auferstehung aufstehen wird. Und damit meint er jede einzelne Seele. Denn, wenn sie Gutes vorausgeschickt hat, wird sie bereuen, dass sie nicht noch mehr getan hat. Und wenn sie Schlechtes vorausgeschickt hat und das Schlechte vor sich sehen wird, wird sie bereuen, dass sie dieses Schlechte vorausgeschickt hat. Und so sagt er, es wird jeden Menschen treffen. Jeder Mensch wird sich... Und das natürlich stimmt wunderbar mit der Aya vorher über einen, der Allah sagte, dass er schwört am Tag der Auferstehung und dann schwört er bei der sich selbst tadelnden Seele, als wäre das natürlich am Tag der Auferstehung. Muqatil al-Farra, uns und euch zu denjenigen Menschen machen, die sich in diesem Leben zur Rechenschaft ziehen, noch bevor sie sich im Jenseits zur Rechenschaft gezogen werden. Liebe Geschwister, diese sich selbst tadelnde Seele funktioniert, je nachdem, wie viel Licht in seinem Herzen ist. Oder wie viel Iman in seinem Herzen ist. Oder nenn es, wie lebendig sein Herz ist. Und immer wieder, wenn ihm etwas passiert, ein schlechtes Wort, eine schlechte Handlung, dann kommt sein innerstes Ich, wenn du es so nennen möchtest, und zieht ihn zur Rechenschaft. Der gläubige Mensch hat sechs verschiedene Aufgaben, die er nach seiner Ibadah zu vollziehen hat, wenn er Allah Azza wa Jalla auf die vollkommende Art und Weise anbeten möchte. Und das sagte der Audu von Al-Ihya, Rahimahullah, Er sagte erstens einmal, der Ikhlas. Der Ikhlas natürlich, liebe Geschwister, gemeint ist damit, vorher und währenddessen und auch hinterher, dass man sich überlegt, war diese Tat einzig und allein für Allah Azza wa Jalla. Und wir möchten natürlich diese Aufgaben, diese sechs Punkte, übertragen auf die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Wir befinden uns jetzt gerade während der Freitagspredigt und wir möchten im Anschluss das Freitagsgebet verrichten und wir achten darauf, dass wir Allah Azza wa Jalla auf die vollkommene Art und Weise anbeten. Die erste ist die Absicht. Und damit meine ich auch, dass man sich bewusst macht, warum man zum Freitagsgebet geht. Man macht sich bewusst, dass Allah Azza wa Jalla im Koran gesagt hat, oh, die er glaubt, wenn zum Gebet am Freitag, zum Gedenken am Freitag aufgerufen wird, dann beeilt euch zum Gedenken Allahs, zum Gebet aufgerufen wird. Das heißt, der Mensch macht sich bewusst, dass er gerade Allah Azza wa Jalla dient. Zweitens, dass man die Nasihah für Allah Azza wa Jalla in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit ist vieles gemeint, darüber haben wir die ganze Predigt gehalten oder zwei. Und ich interpretiere das jetzt damit, dass man, während man im Gottesdienst ist, sich klein macht. Dass man, während man im Gottesdienst ist, fühlt, dass man unterwürfig ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man diesen Stand, den man erreicht hat, diese Situation, die man gerade erlebt, dass dies ein Geschenk Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Dass man nicht überheblich wird. Dann die Nachahmung des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dazu gehört, lieber Bruder, dass du, bevor du zum Freitagsgebet kommst, dass du an diesem Tag die Ganzwaschung Al-Russel vollziehst. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat diese Sache angeordnet und dazu aufgerufen. Dazu gehört, dass man sich beeilt, zum Freitagsgebet zu kommen. Dazu gehört, dass man dem Prediger lauscht und konzentriert zuhört. Dazu gehört, denn es sind nur wenige Minuten. Und dazu gehört, dass man versucht, die ersten Reihen zu ergattern. Und ich wundere mich über manche Geschwister, die es nicht schaffen, auch am Freitag rechtzeitig zum Gebet zu kommen. Einmal die Woche. Der eine mag vielleicht eine Ausrede haben, der andere auch. Aber es gibt Geschwister, die frühzeitig kommen und trotzdem sich zum Beispiel nach hinten die Moschee setzen, obwohl die vordersten Reihen die wertvollsten Reihen sind. Ihr wisst doch, diese Hadithi, liebe Geschwister. Deswegen erinnere ich mich von euch immer wieder daran. Und all diese Punkte, und es geht natürlich noch weiter, dass man, während man im Gottesdienst ist, liebe Geschwister, sich bewusst macht, dass es ein Geschenk ist von Allah, in dem man sich gerade befindet. Dass man sich nicht auf die eigene Schulter klopft und sagt, Gott sei Dank, ich habe das gut hingekriegt heute, Alhamdulillah. Nein, du sollst dir bewusst machen, dass es ein Geschenk ist, Allah. Und dass es andere Menschen, genug andere Menschen gibt. Die Mehrheit der anderen Menschen sind diejenigen, denen Allah dieses Geschenk nicht gegeben hat, dass sie am Freitagsgebet teilnehmen dürfen. Und danach, dass man nach dem Gebet Allah um Verzeihung bittet, für den Mangel an diesen Gottesdienst. Und dass man das Sunna-Gebet verrichtet, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung, wer nach dem Freitagsgebet ein Gebet verrichten möchte, der soll vier Raka'ah verrichten. Denn diese freiwilligen Gebete, sie füllen diese Pflichtgebete auf, liebe Geschwister. Und wir haben ein sehr schönes Beispiel unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Als einmal Hanzala radiallahu anhu Al-Usaydi Abu Bakr traf. Und Hanzala war einer der Schreiber des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Also war er eine Person, die eine hohe Stellung hatte beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ein hohes Vertrauen genossen. Er traf einmal auf Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr ist der edelste und beste und frommste aller Sahaba überhaupt. Möge Allah sallallahu alaihi wa sallam zufrieden sein. Und er sagte zu ihm, oh Abu Bakr, nee Abu Bakr sagte zu ihm, wie geht's dir Hanzala? Er sagte, Hanzala ist ein Heuchler geworden. Daraufhin sagt Abu Bakr, subhanallah, was sagst du da? Er sagte, weißt du, wenn wir beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sind und er uns an die Hölle erinnert und an das Paradies erinnert, kommt es mir so vor, als würde ich Hölle und Paradies mit eigenen Augen vor mir sehen. Aber sobald wir den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam wieder verlassen und uns mit unseren Ehefrauen und Kindern und Feldern beschäftigen, vergessen wir vieles von dem, was er gesagt hat. Daraufhin sagte Abu Bakr radiallahu anhu, ich schwöre bei Allah, mir geht es genauso wie dir. Daraufhin sind sie beide zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gegangen und haben ihm ihr Leid mitgeteilt. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ich schwöre bei demjenigen und achtet darauf, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn nicht zum Vorwurf gemacht, dass er sich tadelt, sondern hat ihn zum Vorwurf, wenn überhaupt zum Vorwurf gemacht. Eigentlich kann man sagen, er hat es korrigiert, sein Verständnis einfach nur korrigiert. Er sagte, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, wenn ihr euch in dem Zustand befinden würdet, in dem ihr euch bei mir befindet, das heißt, wenn ihr so weiterhin in dem Zustand verfahren und bleiben würdet, in dem Zustand, in dem ihr mich verlassen habt, dann würden die Engel euch sogar auf euren Betten und auf den Wegen, auf denen ihr lauft, mit dem Handschlag begrüßen. Aber hamdallah, manchmal braucht man Zeit für das eine und manchmal braucht man Zeit für das andere. Und das sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dreimal. Und so sieht man, dass Allah azzawajal einen nicht zur Rechenschaft zieht dafür, wenn man ein wenig Zeit auch für Weltliches verbringt. Aber, liebe Geschwister, das ist eben der Punkt. Sie haben Angst gehabt, weil sie zu viel, dass sie zu kurz treten. Aber wer sie waren, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Deswegen, liebe Geschwister, der gläubige Mensch ist derjenige, der sich immer wieder ermahnen lässt von seinem innersten Ich, von seiner sich tadelnden Seele, dass er immer wieder sich zur Rechenschaft zieht, liebe Geschwister. Und das nicht vergisst. Und es gibt edle Beispiele, da möchte ich euch eins oder zwei Beispiele zeigen. Eins davon ist von Al-Ahnaf ibn Qais. Al-Ahnaf ibn Qais, Rahimahullah, ist zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Muslim geworden, ist aber erst zur Zeit von Umar nach Medina gekommen. Und damit er sich selbst zur Rechenschaft zieht und erinnert an das Jenseits, liebe Geschwister, hat er, ist er zu einer Öllampe gegangen, hat seinen Finger dorthin getan, liebe Geschwister, um zu schmecken, um zu spüren, was ihn erwartet im Jenseits, wenn er sich nicht vorher schon zur Rechenschaft zieht. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns in dieser Hinsicht genug aufgeklärt. Unsere Aufgabe ist es, zusammengefasst Folgendes zu machen. Dass wir uns täglich Zeit nehmen, fünf Minuten, liebe Geschwister, nicht mehr, aber auch nicht weniger, und uns hinsetzen und verinnerlichen, was haben wir getan, in welchem Zustand befinden wir uns jetzt gerade und stellt er unseren Herrn zufrieden und wo möchten wir in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren sein, auf das wir, liebe Geschwister, das umsetzen, was wir hier gehört haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und alle dazu gehören lassen, zu den Menschen gehören lassen, die sich zur Rechenschaft ziehen, bevor man mit ihnen eines Tages abrechnet. Und dass wir zu den Menschen gehören, die ihre eigenen Taten abwägen, bevor sie für uns abgewogen werden. Möge Allah uns zu den gottesfürchtigen und auserwählten Menschen machen. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim.